Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17. Hier, Nordfriesische Marsch, Vierfach Map Version 1 Hex, ohne Gräben. Wir sind am Mais häckseln und er sagt mir jetzt hier bestimmt gleich, er kippt hier nichts ab. Warum nicht? Was soll der Quatsch? Ich kann mich jetzt so hier nicht drum kümmern, dass hier alles abgekippt wird, vernünftig. Das kann es ja nicht sein. Das sollte er ja eigentlich schön alleine machen. Jetzt also ein Fahrzeug, das zum Beispiel jetzt gerade voll zurückfährt, was ich ein bisschen ärgerlich finde. Ja, und hier wieder meine Lieblingsbahn. Ja, mach ruhig. Das ist ein Thema. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwas hat er hier mit der Bahn, irgendwas ist hier ganz komisch, er erkennt hier auch nicht, dass er hier rum soll, ich muss hier immer meine Abfahrer halbvoll wegschicken, das kann es nicht sein. So, da vorne kommt jetzt gerade gleich der volle, glaube ich, zurück. Die kann ich mal gleich wegschicken, der ist ja voll. Da vorne ist schon wieder Kreislaufparty angesagt oder was? Ach man, woran liegt das denn, dass die hier mal mit Kreis eiern? Musik Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt senkt er aber das Schild nur kurz und macht es gleich wieder hoch. Und damit schiebt AI jetzt gar nichts. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß es nicht. Ja, nun lass die da unten, Mann. Leute, woran liegt das? Falscher Modus. Beim Axion hat es, ach, beim Xerion hat es funktioniert. Aber hier. Nicht so glücklich. Kippt der jetzt wenigstens ab oder meint der auch, er müsste wegfahren? Schauen wir uns mal an. Ich weiß es nicht. 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 Ich kann mich ja hier auch nicht um alles, come on. Ich kann mich ja nicht um alles, come on. Auch er hier wird jetzt gleich nicht abkippen, da können wir schon mal gleich einen Riegel vorschieben, indem wir jetzt einfach mal sagen... So. Wo auch immer er jetzt hin will. Was das jetzt sollte, kann mir auch keiner sagen, oder? So. 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 Untertitelung. BR 2018 Verteilen und verdichten. Gucken, was er jetzt macht. Ja, ich müsste jetzt eigentlich mal raffen. Ja, ich muss jetzt mal raffen. Ja, ich muss jetzt mal raffen. Was das jetzt soll, ich weiß es nicht. Leute, ich habe keine Ahnung, was der hier macht. Ich bin echt aufgeschmissen. So, schauen wir uns mal an. Aber er soll es ja eigentlich nicht verteilen und verdichten. Er soll es ja eigentlich schon aufschüllen. Muss ich doch wieder den Xerion ranlassen. Würde mich jetzt ein bisschen ärgern, da ich ja nun den Traktor extra dafür gekauft habe. Aber mit dem Xerion hat es dann doch besser geklappt. Ich mache bestimmt einfach nur irgendwas falsch. Ja, keine Frage. So, was macht er jetzt? Ja, irgendwie ist mir das auch so unfassbar ruhig. Auch er nimmt das Schild jetzt hoch. Was soll das? Ich weiß es nicht. Liebe Freunde, schreibt es mir in die Kommentare, was ich hier schon wieder falsch mache. Er soll es ja wirklich aufschütten. Er soll es ja nach hinten schieben und aufschütten. Mehr soll er ja gar nicht machen. Er soll es eigentlich nicht verteilen und verdichten. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir einen Like, hinterlasst mir einen Kommentar, abonniert mich und wie auch immer, kommt mich bei Facebook besuchen, kommt mich bei allem besuchen, kommt auf meine Website, friesenjung13.de. Okay, würde mich freuen und noch mehr freuen würde es mich natürlich, wenn ihr heute nachmittag wieder reinschaut. In diesem Sinn sage ich mal ciao.